Musik Guten Tag Genossen, hier spricht Ken. Ich habe ein neues Netzplay für euch mitgebracht. Es heißt Call of Duty. Wir werden jetzt anfangen. Neues Spiel. Viel Spaß damit. Was für Schwierigkeiten wir sollen wählen. Ich würde sagen einfach so da. Sonst ich werde noch verlieren. Aber es wird trotzdem Spaß machen. Los geht's. Oha, ein Tagebuch. Nein. Fuck. Ja, das wird lustig. Schick. Alles klar, Herr Hören. Private Martin, heute absolvieren Sie den Hinderniskurs und das Waffentraining. Bevor Sie mit dem Hinderniskurs beginnen, lesen Sie die Schilder da und tun Sie, was draufsteht. Gut. Prüfen Sie jetzt die Einsatzziele. Wie Sie sehen, ist das aktuelle Ziel hervorgehoben. Zusätzlich ist die Lage des aktuellen Ziels mit einem Stern auf Ihrem Kompass markiert. Wenn Sie sich dem aktuellen Ziel nähern, wandert der Stern in die Mitte des Kompasses. Das ist nah genug. Sie werden sehen, dass das Ziel jetzt abgehakt ist und Sie ein neues haben. In Ordnung, Martin. Öffnen Sie das Tor und laufen Sie durch den Hinderniskurs. Los, los, los. Ja, Sir. Sofort. Ich bin schön, nicht zu sehen. Ich habe Sie also auch hierher verfrachtet. Hey, Bewegung, Ladies. Wir sind hier nicht weiter. Jawohl, Sir. Scheiße, Sir. Überspringen, Alter. Na los, vorwärts. Nicht übel. Jetzt rein in den Dreck und rocken Sie unter dem Stacheldraht. Äh. Leute, da liegt man sich hin. Das wusste ich gar nicht mehr. Jawohl, Sir. So, ich liege im Dreck, Sir. Sergeant, machen Sie diese MG's bereit. So, ich habe Angst. So. Die MG kann mich bremden. So. Ich bin durch. Was ist denn Leiter? Ach, die. Hey, 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 hey. Guck mal, das Leertaste mit 3E geschrieben. Ah. Sir. Sofort. Sir. Der Rest der Ladies bleibt hier. Augen nach oben, Private. Ich bin hier oben, im Wachtturm. Nehmen Sie einen der M1A1-Karabiner vom Tisch. Sir, sofort. Sir. Sie können Sie von herumliegenden Waffen des gleichen Typs aufsammeln. Nähern Sie sich dem Zaun und feuern Sie 6 Kugeln auf dem Tisch. So, ich bin gegen das Tor gelaufen. A-ha. Ha-ha. Dreh Sie sich links, gehen Sie zum Zaun und feuern Sie zwei Kugeln auf das Ziel. Sir, sofort, Sir. Ein Schuss. Zwei Schüsse. Sofort. Eins. Zwei. Nein, Sir. Ist mir nicht klar gewesen. Naja, was ist mein Ziel? Sir. Im Nahkampf können Sie den Gegner mit dem Kolben Ihrer Waffe schlagen. Das nennt sich Kolbenschlag. Versuchen Sie es mit der Trompe. Oder lassen Sie aufnehmen. Das ist geladen. Was ist mein Auftrag? Weiter zum nächsten Bereich. Nehmen Sie die Granaten vom Tisch. Mal los. Werfen Sie in jeder Öffnung vor sich eine Granate. Jawohl, Sir. Scheiße, Sir. Gehen Sie hinter den Betonpfeiler links und rechts. So halten Sie vor dem Feind. Weiter zum nächsten Bereich. Jawohl. Wenn Sie verletzt sind, schnappen Sie sich eins dieser Sanitentersätze. Brauche ich nicht, Sir. Spielen Sie nicht den Helden. Das Ding kann Ihr Leben retten. Das Zeug hat extreme Sprengkraft. Gehen Sie verdammt noch mal. Ah, Sir, reißen Sie mir. Beachten Sie die Stoppuhr, die erscheint. Auf ihr sehen Sie, wie viel Zeit Sie noch haben, um Ihr... Weiter geht's. Ja. Ja. Wir sind so gut. Oh Mann, ey.